Schon als kleiner Junge wollte ich Millionär sein. Für mich war das ein Beruf. Ich dachte, das ist man so wie Kraftfahrzeugmechaniker. Und es war auch etwas, wo ich was dazu beigetragen habe. Schon als Kind habe ich Zeitungen austragen. Ich wollte immer so etwas mehr Taschengeld haben als die anderen Kinder und es ist mir gelungen. Damals sind mir groß geworden, mein Bruder und meine Schwester und ich in drei Zimmer, 64 Quadratmeter, Wohnung, sozialer Wohnungsbau. Und ich war immer so etwas neidisch auf die anderen Kinder, wo die Vater hat ein eigenes Auto oder ein eigenes Haus und ich wollte halt sowas auch haben. Mit 17 dachte ich, ist es intelligent, Ausbildung zu beenden, keine Schulausbildung und solche Dinge braucht man eh nicht zum Geldverdienen. Und ich hatte dann den Entschluss gefasst, wo so viele meiner Meinung nach fälschlicherweise fassen und habe begonnen, einfach zum Arbeiten Geld zu verdienen. Damals Versicherungen verkauft, im ersten Monat schon 6.300 Mark verdient. Das war sensationell. Ich habe mich groß gefühlt, gleich ein paar Anzüge gekauft, sowas hatte ich ja nicht. Denn auch gleich ein tolles Auto gestellt, ein Golf GTI. Danach noch ein Golf GTI, dann noch ein Golf GTI, dann bin ich Porsche gefahren, da war ich 20. Und was ich gut gelernt habe in diesen Anfangsjahren war, mehr Geld auszugeben, wie ich verdient habe. Das hat super gut funktioniert. Ich war dann auch aufgrund von der mangelnden Ausbildung, die gar nicht da war, in drei Unternehmen involviert und dreimal Konkurs, als ich 25 war. 250.000 Mark Schulden hatte ich damals und habe mir irgendwie selbst bewiesen, dass ich doch nicht der geborene Unternehmer bin. Damals habe ich dann versucht, was Vernünftiges zu tun und kam dann durch so einen Unternehmensberater zu Bertelsmann. Und bei Bertelsmann, das war eine tolle Anstellung, das war eine Tochtergesellschaft von Bertelsmann. Wir haben damals Kabelfernsehen im Direktvertrieb verkauft und mit Wohnungsbauunternehmen, so Kabelfernsehanlagen akquiriert. Und diese Tätigkeit, das war so eine dieser angestellten Tätigkeiten, die man da so hat, 150.000 Mark im Jahr, einen Dienstwagen. Und ich fand das auch toll und war damit auch begeistert. So ein paar Jahre später, als ich so 30 war, da dachte ich mir, aber das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Weil mit diesem angestellten Job, wo damals nach Abzügen etwa 7.000, 8.000 netto war, was toll ist, aber so wirklich reich werden kann man damit auch nicht. Ein eigenes Haus haben und diese Dinge sind schwierig, nur in vielen, vielen, vielen Jahren vielleicht. Auch mal aufsteigen, in die nächste Position etwas mehr Geld verdienen. Das war nicht unbedingt die Karriere und die Zukunft, die ich mir erträumt hatte. Und ich habe dann begonnen, etwas nebenher zu suchen. Einfach einen zweiten Job, einen Part-Time-Job oder ich habe mir auch überlegt, ich könnte auch Unternehmer sein und irgendetwas selbstständig machen. In meinem Selbstverständnis ist der, der selbstständig etwas macht, der, der besser bezahlt wird oder wirklich so viel bezahlt wird, wie er verdient. Wenn man angestellt ist, verdient man einfach weniger, wie das, was man wert ist. Das liegt in der Natur der Sache. Damals habe ich verschiedene Dinge mir betrachtet, zum Beispiel Franchise-Konzepte, was ja ein tolles Modell ist. Nur all diese Unternehmenskonzepte, die ich betrachtet hatte, die waren auch immer verbunden mit Investitionen. Also Geld zum Investieren hatte ich nicht wirklich und dadurch war das schwierig für mich, so etwas zu machen. Eines oder der Inserate, die mir damals begegnet ist, das war ein sehr unseriöses Inserat. Da hat jemand inseriert, Millionärslehrlinge gesucht, wollen sie 22.000 oder 50.000 im Monat verdienen. Da dachte ich mir, naja toll, das kann nichts besonders richtig Gutes sein. Aber ich war einfach neugierig und habe den mal angerufen dort. Das war jemand, der war recht nahe dort, wo ich damals gewohnt habe, so ein paar Kilometer weiter. Ich habe ihn dann besucht und er hat mir erzählt von Ersatznahrung und Ergänzungsnahrung und Nährstoffe und dass der Körper dann gesünder ist, Gewicht kann man damit reduzieren und diese Dinge. Für mich ein ganz neuer Markt, neue Geschichte, noch nie gehört. Aber was ich mir dachte, auch gleich ist klar, wenn die Produkte funktionieren und die Leute gut tun, dann ist das ein schöner Folgeartikel, ein relativ niedriger Verkaufspreis. Die Leute essen es leer, kaufen es wieder, hohe Marge. Also ich dachte mir schon, ja das ist ein interessantes Produkt, wo man auch Geld damit verdienen kann. Und dann hat er mir erzählt von diesem Vertriebssystem Network Marketing. Ich war ja total fasziniert mit, dass man in Wirklichkeit ein paar Leute findet und wenn die dann ganz viel tun und wieder welche finden, dann verdient man da Geld dran. Nur er selbst, er kannte sich da auch nicht besonders gut damit aus, das habe ich recht schnell bemerkt, weil viele Fragen, die ich gestellt habe, die konnte er gar nicht beantworten. Aber was er hat, er hat mir dann einen Scheck gezeigt, was er verdient hatte den Monat zuvor. Und auf dem Scheck standen 15.600 Mark, das war für mich unglaublich viel Geld. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein. Mit seiner Kompetenz, also diese etwas sehr lausige Präsentation und eigentlich die Fragen, die er nicht beantworten konnte und hat er trotzdem so viel Geld verdient. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn er so viel Geld verdient, dann müsste ich das eigentlich auch können. Ich dachte eigentlich, ich könnte ein bisschen mehr. Und dann sage ich, okay, komm, gib her, fange ich mal an und versuche das mal. Und das ging dann los, relativ rasch, habe ich die ersten paar Kunden gefunden. Und die ersten paar, die gesagt haben, ja super, tolles Geschäft, ich auch Geld verdienen, fange ich auch mit an. Und das war relativ einfach. Die Kunden waren zufrieden, die hätten dann wieder andere Kunden weiterempfohlen, die dann kamen. Und die, die im Geschäft waren, die waren auch zufrieden. Die brachten dann wieder andere, die das Geschäft begonnen haben. Und so wurde dieser Umsatz von der Organisation immer größer. Schon nach recht kurzer Zeit war mein Check dann auch so hoch, wie den, den ich gesehen habe. Nach ein paar Monaten war das schon über 20.000. Und das war natürlich klasse, weil jetzt konnte ich beginnen, meine Schulden, die ich hatte, wieder zurückzuzahlen. So nach einem Jahr waren die auch wieder weg. Und der Check, der ging halt dann weiter hoch. Irgendwann war er mal über 100.000 Mark damals noch im Monat. Und, naja, eigentlich war er nie kleiner und er wurde in Wirklichkeit immer größer. Ich bin heute, wenn ich so zurückdenke, immer noch überrascht, was für eine Dynamik in dem steckt, was wir da tun. Und ich glaube, die Dynamik, die Ursache der Dynamik ist einerseits, wir haben ein Produkt an der Hand, wo außergewöhnlich ist, wo in die Zeit passt, wo die Menschen anspricht. Und wir haben auf der anderen Seite etwas, was ganz viele Menschen brauchen und möchten, nämlich eine Möglichkeit, Unternehmer zu sein, sich Träume und Wünsche zu erfüllen, die man auf normalem Wege auch nicht kann. Und ich glaube, die Kombination dieser beiden Dinge ist außergewöhnlich und das macht unseren Erfolg aus. Für mich heute, wenn ich zurückdenke, ich meine, mein Leben natürlich, wie das jetzt verlaufen ist, ist mehr als außergewöhnlich. Ich habe verschiedene Wohnsitze, habe eine Menge Autos und kann mir in Wirklichkeit leisten, was ich möchte. Ein siebenfaches Jahreseinkommen, ein siebenstelliges Jahreseinkommen. Naja, ich würde mal so sagen, als ich geträumt habe, als kleiner, junger Millionär zu sein, das war ein anderer Traum. Was Millionär wirklich darstellt, ist, glaube ich, dass man ein Leben lebt, wo man jederzeit das kaufen kann, was man möchte. Und durch diese finanzielle Unabhängigkeit frei ist, frei von vielen anderen. Und ich glaube, diese Freiheit, die mag ich heute zu schätzen. Und was schön ist, ist, dass mich auf diesem Weg viele Leute begleiten. Wir hatten jetzt gerade ein Event in Singapur, wir nennen das Summit, das findet immer einmal jährlich statt. Von den 1,7 Millionen Distributor, die wir haben in unserem Unternehmensgefüge, kamen dorthin etwas mehr als 1.000. Und von diesen 1.000 haben wir auf die Bühne geholt 48 Distributor-Chips, also das waren 60, 70 Leute, die mehr als 1.000.000 Dollar im Jahr verdienen. Und ich habe mir wieder die Frage gestellt, was ist denn die Unterscheidung zwischen diesen, die da 1.000.000 im Jahr verdienen und all diese anderen, die keine 1.000.000 verdienen. Und ich komme zu keiner Antwort, ich kann das gar nicht sagen, weil die sind alle unterschiedlich, ich habe alle unterschiedliche Backgrounds, die sehen alle unterschiedlich aus. Und ich glaube, das ist die Genialität an unserem Geschäft. Es kann wirklich jeder erreichen, mit egal, woher er kommt, was er für einen Background hat. Mit dem richtigen Einsatz, mit der richtigen Einstellung ist hier alles möglich. Und ich glaube, das ist Wonderful. Das war's für heute.